Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf Gustavs Spielwiese mit einem neuen Video. Und zwar heute ein Survival-Einzelspielerlebnis Into the Dead, Our Darkest Days. Ja, Alpha-Demo-Test-Version, das Ganze auf Steam im Moment erhältlich. Release bin ich mir jetzt gar nicht sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Entwickler von diesem grandiose Spiel Pickpock heißt. Ich meine, irgendwann 2025 soll es hier rauskommen. Er spielt in Texas um 1980 in einer Stadt und ja, die apokalyptische Zombies sind wieder am Start hier. Haben die Stadt eingenommen, machen ein bisschen Randale, Bambule und ja, wir sind wahrscheinlich der Tafereckel, der diese Stadt befreien muss. Man weiß es nicht. Also über die Story weiß ich noch nicht viel, aber wir werden einfach mal das Ding let's playen. Heute Folge 1 und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe grafisch noch gar nichts eingestellt. Ich denke mal, meine GeForce 1080 hat alles soweit erkannt. Wir werden einfach mal direkt ins neue Spiel rein. Und guck mal, auch noch gar nicht getestet bis jetzt. Noch kein Intro gesehen, gar nichts. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Und wir gucken mal, was so abgeht hier. Das ist Ihr Mayor, John Ward. Ich möchte einen Moment, um zu bedanken, für Ihre Patience und Resolven in diese größten Zeiten. Es ist das Souther spirit, das Texas Grit, das mir vollständig ist. Das ist das Souther spirituell ist. Das ist das Souther spirituell ist. Also hier ist auf jeden Fall schon ordentlich was abgegangen. So, so just, uh, hold tight, secure your homes, and I assure you, the tide will turn. God bless you, God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash. But if you are, know this. Nobody is coming to help you. There's no plan, they... Look, what they did, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Was hier nun abgegangen ist, weiß der Geier. Auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht inszeniert. Ja, Sebastian und Diane, das sind wahrscheinlich unsere Charaktere hier. Okay, wenn sie nicht gerade in der Schule war, kellnerte Diane in der örtlichen Bar und legte jeden Cent für ein paar hochwertige Plattenspieler zur Seite. Zu Sebastian, dem zurückhaltenden und mürrischen Besitzer der Bar, der meistens für sich blieb. Hatte sie nie ein Draht gefunden, doch nachdem sie aus der Bar fliehen musste, stellten die beiden fest, dass sie doch etwas verbindet. Ein starker Überlegenswille. Okay, wahrscheinlich spielen wir zwei Charaktere hier. Man kann hier das Paar wechseln. Ach was. Daryl und Leo. Hector und Kayla. Das ist ja geil gemacht. Okay, und die haben auch alle wohl unterschiedliche Vorteile hier. Waffenschmiede, treffsicher. Das ist schon mal ganz geil. Gut, aber wir werden mal das erste Pärchen nehmen. Sebastian und Diane, der Mann mit dem Cowboy-Hut. Das passt. Starten wir einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, wie lang jetzt die Folge wäre. Ich werde einfach daraus loszocken und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Mittwoch, 20 August. Die Barrikaden sind marode und es gibt hier kaum Ressourcen, um zu überleben. Wir müssen so schnell wie möglich ein neues Versteck finden und dann aus diesem Drecksloch fliegen. Okay, unser Ziel ist, ein neues Versteck zu finden. Jeder Tag ist in zwei Phasen unterteilt, Tag und Nacht. Während einer Phase kannst du überlebende Stationen zuweisen, um Gegenstände herzustellen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen oder zu plündern. Bestätige Aktion, um die Phase zu beenden und den Überlebenden eine Aufgabe zuzuweisen. An die Erkundungsstation beauftragst du die Überlebenden damit, in der Nähe liegende Orte nach Ressourcen zu durchsuchen. Das Plündern beginnt, wenn die aktuelle Phase beendet ist. Okay. Okay. Oh, wir müssen mal die V-Sync hier einstellen. Wer hätte das gedacht? Wenn das denn geht. Okay, wir haben hier keine V-Sync-Einstellung. Aber, erfahrungsgemäß, verbessert sich das, wenn ich die Bilddraht hier hochstelle. Geht aber tatsächlich gar nicht. Okay, hat sich ein bisschen verbessert. So, mir war tatsächlich gar nicht klar, dass das diese Ansicht hier ist. Oh, da klopfen ja eine Tür. Aktion bestätigen. Okay, schauen wir mal. Nachts. Angriff der Untun. Die Untun versuchen, die Barrikaden zu durchbrechen. Du kommst sie aufhalten. Zumindest dieses Mal. Du konntest sie aufhalten. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Ob wir hier irgendwas durchsuchen können. Okay, das ist halt ein Tag-Nacht-Wechsel. Das habe ich jetzt verstanden. Da können wir nicht durch die Tür rein. Dann gehen wir mal wieder runter. Okay, wir wechseln mal den Spieler. Okay. Wir haben hier die Karte. Plünderung vorbereiten. Plündern gehen. Okay, jetzt glaube ich haben wir eine kleine Ladezeit. die aber nicht richtig ersichtlich ist hier. Plündern vorbereiten. Aktion bestätigen. Okay. Jetzt haben wir es, glaube ich. 38 Iwing Drive. Okay, das war mir tatsächlich nicht klar. Ich habe gedacht, das ist ein Shooter hier. Okay. Gehen wir plündern. So, was gibt es hier? Klebewand. Nehmen wir mit. Elektromaterial nehmen wir auch mit. So, schleichen können wir hier auch. Wer hätte das gedacht? Können wir die alte jetzt umhauen? Ey. Und links und rechts kommen wieder zu dir. Immer schön in die Schnauze rein. Uiuiuiui. Bäm. Okay. Nicht schlechter Specht. Plündern kann man die Tante hier nicht. Außer schade. So, was liegt hier alles rum? Ja, durchaus interessantes Spielprinzip. Ah, da kann man hochklettern. Teleskop. Günstige Platten Griffith und Söhne. Eisenbahn. Wir übertragen mal alles. Also, ist schon mal was anderes. Eine interessante Ansicht. Oh, ich glaube, den dicken. Haben wir hier irgendwas, mit dem man hier kämpfen kann? Glaubt nicht, dass ich den umhauen kann hier. Oder ne, eine Tante ist das. Ich habe irgendwie ein Messer gekriegt. Warte mal, haben wir hier ein Inventar? Überlebender? Pläne? Vielleicht ein Charakter? Wie kann ich denn meine Ausrüstung hier sehen? Weiß keiner so genau, ne? Warte mal, gucken wir mal kurz in die Einstellung rein. Haben wir hier eigentlich auch nicht wirklich, ne? Gut. Falls das jemand wissen sollte, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Tapptast ist es auf jeden Fall nicht. Das ist unser Rucksack. Ne, nicht so wirklich, ne? Oder das ist vielleicht der einzige Slot hier, ne? Vielleicht kann man keine andere Ausrüstung anlegen. Man weiß es nicht. Man munkelt. Okay. So. Hier brauche ich einen Dietrich wahrscheinlich, ne? Haben wir leider nicht. Dann geht es weiter. Ins Versteck zurückkehren. Okay. Wahrscheinlich, wie bestätigen wir das? Ah, ich muss weiterlaufen. Gut. Höchst interessant. Wir haben ein bisschen gelootet. Ähm. Gehen wir auf weiter. Die Untoten durchbrechen die Barrikaden. Im Getümmel wurden folgende Überlebende angegriffen. Okay. So. Wir können mal einen Wechsel vollziehen hier. Und vielleicht kann ja unser Mädel hier auch eine Runde looten. So. Können wir die Karte hier verschieben? Ein bisschen komisch mit der Karte. Und da können wir hin. Bereiten wir die Plünderung vor. Und sind jetzt mal nachtaktiv. Waffen nutzen wir der Zeit ab. Also überlege dir gut, wann du sie einsetzen willst. So. Achso. Ich kann hier nicht zur anderen Seite. Neues Szenario. Gleiches Spiel. Guck mal. Direkt einen Plattenladen gefunden hier. So. Und mit Chunks finden wir vielleicht auch irgendwie ein Messer oder eine Schere oder so. Hui. Die holt nicht ganz so kräftig aus wie unser Cowboy. Bam. Der Finisher ist ja der geilste immer noch. So. Alles übertragen. Rüber. Okay. Was ist das für ein Symbol hier? Soll ich das Ding hier mit dem Stuhl eintreten? Okay. Wohl oder übel müssen wir nach oben. Weg mit dir. Oh. Ich wollte eigentlich einen Step zurück machen. Aber der hat sich umgedreht. Na. Wer ist du wohl? Jetzt habe ich nur eine Fleischwunde. Ach. Nein. Das wollen wir nicht. Ist das eine Werkbank da? Schade. Ich hätte gedacht, man kann hier irgendwas anfertigen. Nein. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Okay. Ach. Wir haben auch eine Taschenlampe dabei. Alles übertragen. Schade, dass man die Leichen nicht looten kann. Das wäre natürlich geil. Ohne Knarre. So. Allein dafür hat sich schon gelohnt. Sind da Patronen drinne? Kann man das nachvollziehen? Kann man nicht wirklich sehen, ne? Ich weiß ja gar nicht, kann man das irgendwie hier runterziehen? Ne. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, wenn ihr da näher ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, der Ausflug ist eigentlich relativ erfolgreich. So, ob ich jetzt da weiterkomme, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Gehen wir mal zurück. Zurück zur Basis. Nächster Tag. So. Übertragen wir die ganzen Sachen hier. Oh. Okay. Wir haben nicht mehr viel Energie. Weil die Zombies wieder angegriffen haben. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch Heilung finden kann. Ob ich nochmal einen Ausflug mache. Warte mal, wir wechseln nochmal den Charakter. Weil irgendwo muss es doch auch Bidipacks geben oder so. Zombie-Dichte mittelmäßig. Da scheint aber irgendwas zu sein. Wir haben hier einen grünen Punkt. Das heißt, irgendwo Betten im Versteck. Wir bereiten mal die Plünderung vor. Und ich würde sagen, wir werden mal in der nächsten Folge gucken, wo es dann wirklich lang geht. Bei diesem grandiosen Spiel. Ja. Into the Dead, Our Darkest Days. Ist mal was anderes. Ist eine interessante Ansicht. Ist ein interessantes Spielprinzip. Vielleicht nicht ganz so stressig wie ein Shooter. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist ein Shooter. So kann man sich ehren. Aber sieht recht interessant aus. Vielleicht mal ein chilligeres Survival-Spiel. Muss man mal abwarten. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird Folge 2 rauskommen. Mal gucken, wie die Resonanz von dem Video ist. Falls euch dieser kleine Ersterindruck gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr gerne über ein Like freuen. Wenn ihr Fragen habt, Tipps habt, Anregungen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, falls ihr meinen Kanal neu entdeckt habt, würde ich mich sehr gerne über ein Abo freuen. Ich freue mich immer über Zuwachs. Und ich denke mal, wir sehen uns die Tage bei dem nächsten Video. In diesem Sinne, checkt das aus. Sergeant Gushy ist raus. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.